Fogu Fogu, DT, Feuer, ist eine der kapverdischen Inseln im Atlantik. Sie gehört zur kapverdischen Inselgruppe Ilias de Sotavento, DT, Inseln unter dem Wind, und liegt östlich von Brava und westlich von Santiago. Der Pico do Fogo ist der höchste Berg. An seiner Flanke der einzige aktive Vulkan des Archipels, der Pico Peteno. Der Pico do Fogo ist mit 2.829 Meter der zweithöchste Berg im Atlantik und dominiert zusammen mit der Bordaira die Insel, die einen Durchmesser von ca. 26 Kilometern hat. Der Meeresboden liegt hier auf ca. 5300 Meter, womit der Kegel dann ca. 8100 Meter vom Ansatz bis zur Spitze misst. Der Kegel ragt ca. 1000 Meter über die Kaldera hinaus. An der Flanke des Pico do Fogo hat sich der zuletzt 1995 aktive Pico Pequeno herausgebildet. Der Bordaira-Abbruch fällt fast senkrecht 800 Meter ab und umfasst den Pico do Fogo halbkreisförmig. Die Kaldera, umrahmt von der Bordaira und beherrscht vom Pico do Fogo bilden somit ein einzigartiges vulkanisches Ensemble von beeindruckender Dimension. Regionen fast auf der gesamten Insel ist es trocken und warm mit einem angenehm leichten Wind. Mit der Ausnahme im Nordosten oberhalb von Muscheros befindet sich ein fruchtbarer Nebelwald durch den hier aufsteigenden Nordostpassat. In den Höhen, vor allem nachts, kann es recht kühl werden. Orte-Sau-Philippa ist die größte Stadt der Insel, ca. 8300 Einwohner, und Hauptstadt der Region Fogo. Sie liegt im Westen der Insel und verfügt über einen Regionalflughafen und in der Nähe über einen kleineren Hafen, in dem auch Passagierschiffe von und nach Pra Santiago und Prawa anlegen. Die Stadt ist durchaus für einen Stadtspaziergang geeignet, um die überwiegend gut erhaltene Sobrado-Architektur und das kleine Museum kennenzulernen. Muscheros ist eine kleinere Stadt mit ca. 5000 Einwohnern im Nordosten der Insel. Die restlichen Ortschaften sind klein. Weitere Ziele die wesentliche Ziele sind, Hauptstadt Sao-Philippe, hier gibt es alles Wesentliche zu kaufen. Museum mit Ausstellungsstücken zur Kultur und Vulkanismus, lohnenswert der Film über den Ausbruch 1995, Sobrado aus der Kolonialzeit Muscheros mit dem oberhalbliegenden Nebelwald und der landwirtschaftlichen Kultivierung Lasalina zum Badenschon das Calderas, Empfehlung mit Guide, Pico do Fogu, nur mit Guide zu besteigen, Pico Pequeno, Empfehlung mit Guide, Bordaira, nur mit Guide zu umwandern. Hintergrund Cap Verden war Drehscheibe des Sklavenhandels zwischen Afrika, Amerika und Europa. Anders als auf Santiago blieben die Menschen auf Fogu zum Teil ihr gesamtes Leben und bauten sich im Laufe der Zeit eine eigene Existenz auf. Es gibt daher hier Nachkommen von Menschen aus Europa und Afrika, wobei die afrikanischstämmigen deutlich in der Mehrheit sind. Die wirtschaftliche Entwicklung ist sehr schwach. Haupteinnahmequellen ist die Landwirtschaft und der Fischfang. Dazu existiert ein schwach entwickelter Tourismuszweig, der im Wesentlichen durch Pensionen, kleineren Hotels, kleinen Restaurants und selbstständig agierenden Touristenführern getragen wird. Es kommen fast ausnahmslos Individualtouristen auf diese Insel. Gelegentlich findet sich eine kleine Reisegruppe. Sprache Portugiesisch und Kreolisch Durch verwandtschaftliche Bindung sprechen Einzelne auch Englisch. Anreise per Flugzeug in 30 Minuten reiner Flugzeit oder Schiff ausschließlich über Prav von der Hauptinsel Santiago aus. Querverbindungen zu den anderen Inseln gibt es praktisch nicht, außer zur Nachbarinsel Brava, die seinerseits ausschließlich über Fogo erreicht werden kann. Die Nationale Fluggesellschaft hat es verändert sehr häufig und zum Teil kurzfristig den Flugplan, sodass mit Unsicherheiten was Anschlussflüge anbelangt gerechnet werden muss. Die Qualität der Schiffsanreise leidet unter einem gelegentlich heftigen Seegang, ist aber günstiger. Mobilität Sammeltaxis, Taxi oder eigenes Fahrzeug Sehenswürdigkeiten Hauptattraktion ist die Caldera mit dem, erloschenen, Pico do Fogo. Des Weiteren gibt es als vulkanische Attraktionen den zuletzt aktiven Pico Pequeno und die Bordeira. In der Caldera gibt es kleinere Ortschaften in denen und andere Weinbau betrieben wird. Der Pico do Fogo darf ausschließlich in Begleitung eines Touristenführers bestiegen werden, bei anderen Zielen bietet es sich an, um alles Wesentliche zu sehen bzw. vor Gefahren geschützt zu sein, zumal die Kosten im Vergleich zu Individualexpeditionen günstig sind. Oberhalb von Muscheros gibt es einen Nebelwald mit üppiger Vegetation, in dem Landwirtschaft betrieben wird, Bananen, Kaffee, Papaya, Bohnen, den man von der Caldera kommend durchwandern kann. Der Rest der Insel ist eher karg, aber fruchtbar, soweit Wasser zur Bewässerung zur Verfügung steht. Dort werden die üblichen Feldfrüchte der Klimazone angebaut. Geld lediglich in Sao Felipe sind Geldautomaten verfügbar. In der Caldera gibt es keine Möglichkeit, an Bargeld heranzukommen. Daher ist vor Antritt von Ausflügen für ausreichend Bargeld zu sorgen, damit Restaurants, Geschäfte, Übernachtungen, Guides etc. bezahlt werden können. Es gibt Kreditkarten, mit denen man sich weltweit ohne Zusatzgebühren an Geldautomaten Geld verschaffen kann. Diese sind hier besonders nützlich, weil die kapverdischen Eskudos nicht ausgeführt werden dürfen und außerhalb ZV auch ziemlich nutzlos sind. Aktivitäten im Wesentlichen ist es eine Insel, die zum Wandern einlädt. Aufgrund des Klimas ohne Winter ist das über das ganze Jahr möglich. Es gibt verschiedene lohnende Touren, zum Beispiel Besteigung des Pico do Fogu, Wanderung durch den Naturpark Floreste, und so weiter. Zum Baden eignet sich praktisch nur La Salina im Norden der Insel. Der schöne schwarze Sandstrand von Sao Felipe ist aufgrund von wirklich sehr gefährlichen Strömungen leider gar nicht zum Baden geeignet. Küche Es wird im Wesentlichen frisch Angelendetter Fisch und Huhn serviert. Rinder oder Schweinefleisch sowohl als Frischfleisch wie auch in verarbeiteter Form, Würste. Findet man selten. In kleineren Selbstbedienungsläden findet man alles Wesentliche für den täglichen Bedarf. In der zweistöckigen Markthalle werden Obst, Gemüse und Fisch sowie in der oberen Etage diverser Kleinkram wie T-Shirts, Lederwaren aus Westafrika und kleinere Dienstleistungen, Reparaturen, Kopieren von CDs. Angeboten Ein, Begleiteter, Besuch der Markthalle, gegebenenfalls mit Einkauf von Obst und Gemüse, ist lohnend. Laktosefreie Produkte sind noch unbekannt. Ansonsten ist die Ernährung vermutlich für viele Allergiker gut, weil weniger hochgradig verarbeitete Produkte im Angebot sind. Allerdings kann man die inzwischen auch schon finden. Die Restaurantqualität schwankt zeitlich sehr stark. Was vor ein paar Wochen gut war, muss es heute nicht mehr sein. Auf alte Tipps sollte man sich also nicht verlassen. Zu der aktuell besten originalen Kakupa führt ein guter Guide, eine schlechte Kakupa kann einem den Spaß verderben. Bei diesem traditionellen Gericht handelt es sich um ein Bohnenmais, ein Tupf mit Fisch oder Huhn. Nachtleben kaum vorhanden. Gelegentlich finden Musikveranstaltungen im Tropical Club und in Pipis Bar statt. Sicherheit tagsüber gegeben, soweit keine einsamen Gegenden, insbesondere am Strand, aufgesucht werden, nachts in den meisten Bereichen auch. Ein einheimischer Guide fördert die objektive und subjektive Sicherheit. Am Strand von Sao Felipe sollte man keinerlei geschlossene Behältnisse, Taschen, Tüten, Rucksäcke etc. unbeaufsichtigt lassen. Am besten man rollt seine Sachen in ein Handtuch ein, dann gibt es keine Vermutungen. Mangels Einkaufsgelegenheit benötigt man am Strand auch kein Geld. Klima auf den Kapverdischen Inseln herrscht ähnlich wie auf den Kanarischen Inseln ein sehr mildes und trockenes ozeanisches Klima, das vom Nord aus Passat bestimmt wird. Das Klima ist durch geringe Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, meist um 5 Grad Celsius, und durch ganzjährig relativ hohe Luftfeuchtigkeit, um 70 Prozent, gekennzeichnet. So liegen die Tagestemperaturen das ganze Jahr zwischen 23 Grad Celsius und 30 Grad Celsius, wobei die Nachtwerte im Winter, Januar, April, um 18 Grad Celsius und im Sommer, August, Oktober, um 24 Grad Celsius liegen. In Höhenlagen wirkt der Wind stark auskühlend, sodass dort eine Kombination aus Regenwindjacke und Fließpullover-Oa angebracht ist. Gute Sonnenschutz, Cremes, Sonnenbrille, Schirmmütze, ist je nach Hauttyp wichtig bis zwingend. Der Boden ist überall sehr trocken. Der meiste Niederschlag fällt von August bis November. Die Wassertemperaturen sind mit 22 bis 27 Grad Celsius sehr angenehm, allerdings ist auf die Strömung zu achten.